Hallo liebe Freunde, mein Name ist Alexander Ehrlich, Honk for Hope. Das hier ist mein Freund Sebastian, weil der hinten nicht so viel hat, nennt man ihn Sebastian Kurz. Wir wenden uns heute an jemanden, zu dem wir bis jetzt noch nicht direkt gesprochen haben. Und zwar den Tiroler Landeshauptmann Günther Platter. Grüß dich Günther. Sag, was hältst du eigentlich davon, was gestern in den Straßen deiner Landeshauptstadt Innsbruck passiert ist? Tausende Menschen aus Tirol hatten das dringende Bedürfnis, am Todestag von Andreas Hofer, dem 20. Februar 2021, zum Gedenken an den großen Tiroler Freiheitshelden ein Zeichen zu setzen und seine Werte, Freiheit, Rechtmäßigkeit und Glauben hochzuhalten. Ursprünglich wollten sie das in Form einer Kundgebung am Landeshauptplatz tun. Die Polizei hat diese Kundgebung untersagt, den ausführlich und gut argumentierten Widerspruch der Veranstalter ignoriert. Das führt mich zu der Vermutung, dass es einfach nicht gewünscht war, eine politische Kundgebung an diesem Tag zu haben. Zumindest keine regierungskritische, denn Kundgebungen der Antifa wurden ja nicht untersagt. Okay, wir sind nicht stur und wir wollten nicht um jeden Preis unseren Willen durchsetzen. Deshalb haben wir gesagt, gut, dann lassen wir die Politik aus dem Spiel. Reden wir nicht über heute, beschränken wir uns auf die Ehrung von Andreas Hofer und machen das in Form einer gemeinsamen Andacht und einer anschließenden Gedenkprozession. Du weißt davon, denn ich habe dich ja persönlich eingeladen und das nicht nur per E-Mail, sondern auch telefonisch bei deinen Mitarbeiterinnen. Leider hast du darauf nicht reagiert. Mir wurde gesagt, du seist schon eingeplant zu diesem Zeitpunkt für eine Andreas Hofer Gedenkveranstaltung. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die geplant war für den Nachmittag. Das erklärt nämlich, warum die Polizisten die vielen tausend Tiroler, die dann ohne einen geordneten Rahmen und ohne meine Anwesenheit zum Berg Isel gehen wollten nicht hingelassen haben. Die Polizei hat alles versucht, um zu verhindern, dass irgendjemand den Berg Isel erreicht. Wenn du mich fragst, kann das mit Gesundheit nichts zu tun haben? Denn am Berg Isel gibt es jede Menge Platz. Da kann man wunderbar die Mindestabstände einhalten. Da kann man wunderbar sich ausbreiten, auch viele hundert Menschen. Es kann also wirklich nicht um Infektionsschutz gegangen sein. Meine Vermutung, ohne es genau zu wissen, die Leute wurden abgehalten, dort hinzugehen, weil du dort einen Kranz niederlegen wolltest. Ja, wieso hast du das dann nicht gemeinsam mit uns getan? Stattdessen hast du erstens die Menschen gehindert, auf den Berg Isel zu gehen und zweitens deine eigene Kranzniederlegung später bei Dunkelheit mitten in der Nacht durchgeführt. Glaubst du, Andreas Hofer hätte sich so verhalten? Ich bin mir da nicht sicher. Oder wäre er mit seinem Volk zusammen dort gestanden und hätte eine schöne Rede gehalten an die Menschen, die dort zusammengeströmt sind, um die Werte, Traditionen und das Andenken Tirols zu ehren. Ich meine, es ist ja schon sehr fragwürdig, dass die Polizei in Tirol in Zusammenarbeit mit dem Magistrat entgegen dem Versammlungsgesetz und entgegen dem Gesetz vom 25. Mai 1868 sich anmaßt in die inneren Angelegenheiten einer Kirche einzugreifen und eine religiöse Feier zu verbieten. Das noch dazu mit einer Strafandrohung von 15.000 Euro. Ist es jetzt in Tirol nicht mehr erlaubt zu beten? Ist es in Tirol nicht mehr erlaubt die Tiroler Fahne zu tragen? Hast du das mitgekriegt, diese Bilder? Polizisten springen aus Fahrräden Autos, stürmen auf Menschen zu, die die Tiroler Landesfahne tragen, mit 2 Meter Abstand nachgemessen, weil ja die Fahne 2 Meter breit war und entreißen ohne irgendeinen gesundheitlichen Grund aus rein politischen Gründen Tirolerinnen und Tirolern ihre Landesfahne und anschließend treten sie sie in den Schmutz wie einen Aufreibfetzen. Was ist denn da los, bitte? Und dann weißt du, was am Schluss passiert ist? Kärntner Polizisten, die extra nach Tirol geholt worden sind, haben einen 82-jährigen Tiroler mit voller Wucht, mit dem Kopf aufs Straßenpflaster geschlagen. Schau dir die Bilder an. Schau dir an, was dieser Mann vorher getan hat. Schau dir an, ob er sich dieses Vorgehen verdient hat. Er vergibt der Polizei. In einer großzügigen Stellungnahme lobt er sogar die Arbeit der meisten Polizisten, die sich menschlich und respektvoll benommen haben. Trotz des politischen Drucks aus Wien. Aber wir sagen, vergeben ist eine Sache, die Pflicht eines Christenmenschen. doch das heißt nicht, dass wir dieses Vorkommnis nicht thematisieren müssen. Es kann doch nicht sein, dass ein friedlicher, 82-jähriger verdienter Tiroler, der sein Leben lang noch keinen negativen Kontakt mit der Polizei hatte, zu Boden geschleidert, im Gesicht verletzt, an der Schulter verletzt und in Handschellen abgeführt wird, weil er mit der Tiroler Fahne für Andreas Hofer beten will an dessen Todestag. Das geht einfach zu weit. Günther, mach deine Augen auf. Lass dich nicht länger terrorisieren von Sebastian Kurz und seiner ausgesprochen fragwürdigen Bundesregierung. Lass es nicht zu, dass unser Pseudotolphus Karl Nehammer mit seinen Gewaltfantasien die Bilder in den Straßen Tirols bestimmt. Stell dich auf die Füße im Sinne und im Geiste Andreas Hofers. Mander sich Zeit, sagte Hofer. Ich sag dir, Günther sich Zeit. Mein Name ist Alexander Ehrlich, Honk for Hope.